Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ein neues News Video, denn es sind gerade wirklich wieder so viele neue News unterwegs, dass ich wirklich keine Zeit habe, irgendwo ein anderes Video zu machen. Ursprünglich hatte ich ein anderes Video geplant, wird dann wahrscheinlich aber erst morgen kommen können und generell wollte ich auch noch Tipps und Tricks Videos und so machen. Aber wie gesagt, zur Zeit gibt es einfach wieder extrem viel Stuff, was in Fortnite abgeht und deshalb gibt es heute eben halt nochmal ein News Video und heute mit sehr interessanten News. Denn zum einen ist jetzt tatsächlich das Thema von der Fortnite Season 4 safe und es gibt tatsächlich auch den ersten offiziellen Teaser schon. Außerdem werden wir kostenlose, einen kostenlosen Skin bekommen können, sowie auch kostenlose Hardware von Fortnite. Zumindest kann man die immer gewinnen und das werde ich euch alles einmal in diesem Video runterraten. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, beispielsweise auch zu weiteren Teasern nichts mehr, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dort werden wir beispielsweise morgen natürlich auch die Dreamhack Online Open spielen. Und wie gesagt, das Ganze wird morgen ab 17 Uhr starten. Heute sind wir dort aber auch live. Wenn dieses Video online geht, werde ich dort wahrscheinlich auch schon live sein. Also checkt gerne den Twitch-Kanal aus. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den ersten News. Und zwar haben wir als erstes jetzt diesen Castaway-Jonacy-Skin drin, also diesen Leuchtpistolen-Jonacy drin. Der war ja bereits schon im Season 9 im Block-Party-Trailer von Fortnite eben halt offiziell eigentlich schon geleakt worden. Und jetzt tatsächlich im Prinzip ein ganzes Jahr später ist er jetzt auch im Itemshop verfügbar für 800 V-Bucks, also ein reiner grüner Skin. Ganz klassisch. Und natürlich haben wir zur Zeit auch immer noch das neue Derby-Dynamo-Skin-Bundle. Ist auch noch nicht so lange drin, wo wir auch 1500 kostenlose V-Bucks bekommen können, wenn man das Ganze einmal kauft. Das heißt, man bekommt sozusagen den Skin und dann eben mal nochmal die V-Bucks, die ja beide alleine schon einfach den Wert von 12 Euro haben. Und mit den 20% weniger ist es jetzt natürlich noch besser. Zusätzlich dazu haben wir heute endlich mal wieder den Wildcard-Skin drin, wobei der sich ja eigentlich immer noch nicht lohnt, da das einfach ein legendärer Skin ist. Und der ist natürlich auch nicht einfach so heute wieder drin, denn wir haben tatsächlich heute wieder den Getaway-Modus bzw. den Raubzug-Modus drin. Der ist auch updated. Ich habe den noch nicht gespielt, deshalb weiß ich nicht genau, was der updated ist. Werden wir nachher wahrscheinlich aber auch ein paar Runden im Stream zocken. Wird er wahrscheinlich eh mal mit ein paar neuen Sachen sein. Hatten wir, glaube ich, auf dieser Map noch gar nicht. Den gab es vielleicht mal in Season X oder so, den Modus. Aber seitdem gab es den immer gar nicht mehr. Wurde auch schon, ich glaube, am Anfang dieser Season oder am Ende letzter Season bereits geupdatet. Und wir haben im Prinzip nur noch darauf gewartet, bis er dann irgendwann veröffentlicht wird. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder drin. Das heißt, diesen Modus kann jetzt auch wieder jeder spielen. Wird wahrscheinlich auch für so ein paar Tage drin sein. Vielleicht sogar bis zum Ende der Season. Und wenn wir schon direkt beim Thema Ende der Season sind, dann kommen wir auch mal direkt zum nächsten Thema. Und zwar ist jetzt der offizielle Trailer geleakt worden, beziehungsweise nicht mal geleakt worden. Vorher wurde er natürlich auch geleakt. Aber jetzt ist er tatsächlich auch offiziell auf dem offiziellen Fortnite-Kanal. Wie gesagt, wurde auch schon mal auf der Nintendo Switch, glaube ich, in diesem E-Store geleakt. Ist jetzt allerdings ein paar Stunden später auch offiziell auf Fortnite einsehbar. Hier sehen wir auf jeden Fall als Emojis einmal ein Hammer, ein Blitz und einen Regenbogen. Und dann sehen wir hier eben halt schon, das Trailer-Bild für die nächste Season ist im Prinzip nur ganz leicht animiert. Also kein wirkliches Video, hat auch keinen Sound dazu. Und auf jeden Fall steht hier 27.8er. Das heißt, wir werden die erste Season seit, glaube ich, tatsächlich sechs Seasons erhalten, die mal wieder rechtzeitig startet. Denn ich glaube, die letzte Season, die rechtzeitig gestartet ist, war Season 5 oder 6. Die ganzen Seasons dazwischen wurden immer verlängert. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mal ein rechtzeitiges Season. Und die nächste Season wird eine Fortnite-Marvel-Season sein. Das heißt, wir hatten ja bereits jetzt schon, beispielsweise in der Season 2, eine Kooperation mit Marvel mit dem Deadpool-Skin. In Season 3 hatten wir ja mit dem DC-Universum eine Kooperation mit dem Aquaman-Skin. Zusätzlich haben wir ja auch derzeit im Fortnite-Item-Shop auch immer noch die ganzen Batman- und Catwoman-Skins. Und wir werden ja auch irgendwann noch demnächst ein Bundle erhalten. Und zwar dieses Bundle, das kommt ja auch noch, wird allerdings natürlich erst am 17. November rauskommen. Müsste dann tatsächlich auch wieder relativ das Ende der Season sein. Das heißt, dieses Paket wird sozusagen von den ganzen Superhelden, das klingt wie wahrscheinlich jetzt in der nächsten Season reinkommen, sozusagen der Abschluss sein. Da wir natürlich mit dem ganzen Marvel-Thema logischerweise natürlich viele verschiedene Helden aus dem Marvel-Universum erhalten werden. Wahrscheinlich hauptsächlich eben halt Marvel-Skins im Battle Pass. Ich glaube aber, dass gerade im Item-Shop eben halt auch regelmäßig DC-Helden kommen. Gehört ja nicht beides zur gleichen Marke, soweit ich weiß. Aber ich denke mal, dass da trotzdem von beiden Universen was erhalten werden. Vielleicht wird es auch so eine Kooperation vielleicht zwischen Marvel und DC geben, dass wir irgendwie einen Krieg davon so haben in verschiedenen Live-Events. Was ganz wichtig natürlich dabei zu wissen ist, dass diese ganzen Sachen, die alle mit Marvel zusammenhängen, nichts mit der normalen Fortnite-Storyline zu tun haben werden. Das heißt beispielsweise das, was jetzt die Fortsetzung der Season 2, die wird eben halt jetzt nicht weiterhin fortgesetzt und wir werden eben halt nichts weiter zu Midas und so erfahren, sondern das wird eben halt rein darum gehen. Das heißt auch die ganzen geleakten Files, die beispielsweise, die ich glaube ich auch schon im letzten Video erzählt hatte, zum Beispiel zum Hightower-Live-Event, das Ganze wird wahrscheinlich alles nur einzeln für die nächste Season sein und nach dieser Season wird dann wieder alles resettet werden. Und in der Season werden wahrscheinlich viele verschiedene Limited-Time-Modes erhalten, wie zum Beispiel hoffentlich sogar den Endgame-Modus, der war ja wirklich so eines der besten Modus, wo wir eben mal mit Thor umzukämpfen konnten. Ich hoffe wirklich, dass der wieder zurückkommt. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und um mal zum Thema des Teasers zu kommen, sehen wir hier auf jeden Fall, glaube ich, Thor. Ihr müsst wissen, ich kenne mich mit dem ganzen Universum nicht so wirklich aus. Ich habe zwei Spider-Man-Filme gesehen und einen Avengers-Film, beziehungsweise einen Captain America-Film. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe einen halben Avengers-Film gesehen, aber eben halt nicht wirklich viel von der ganzen Sache. Deshalb kenne ich mich damit nicht so wirklich aus. Aber ich glaube, selbst wenn man sich nicht auskennt, kann man allein vom Bild und von dem Hammer und dem Blitz schon erkennen, dass damit logischerweise wohl Thor gemeint sein wird. Denn das ist eigentlich der einzige Held, soweit ich weiß, aus dem Marvel-Universum, der etwas mit Hammer und Blitzen zu tun hat. Und das wird dann wahrscheinlich auf jeden Fall ein Battle Pass-Skin sein. Und wir hatten ja, glaube ich, auch schon diesen Fat Jonas-Skin jetzt die letzten Wochen im Itemshop drin. Der hat im Prinzip ja auch schon so ein bisschen darauf hingedeutet und war im Prinzip so eine Anspielung auf den letzten Avengers-Film. Jetzt werden wir eben halt, wie gesagt, eine richtige Kooperation erhalten. Das heißt, die Skins werden nicht nur Anlehnung daran sein, sondern das werden wirklich die Skins sein. Beispielsweise in Season 4 hatten wir ja bereits auch schon ein Marvel- bzw. Superhelden-Thema. Allerdings gab es damals noch keine Marvel-Kooperation, weshalb die ganzen Skins nur angelehnt werden konnten an irgendwelche Superhelden aus dem Marvel, aus dem DC-Universum oder aus anderen Universen. Aber jetzt haben wir eben tatsächlich die Möglichkeit, dass wir diese Skins dann richtig erhalten. Und ich denke mal, da werden sich vor allem die Marvel-Fans drüber freuen. Was natürlich etwas schade ist, dass sie eben halt sehr, sehr wahrscheinlich dieses Season kein Live-Event erhalten werden. Dafür geht, glaube ich, in der nächsten Season wirklich viel mit Live-Events, mit Limited-Time-Modes und so ab. Und die müssen eben halt nicht darauf achten, dass irgendwie eine Storyline passt, weil letztendlich, oder zumindest müssen die ein bisschen aufpassen, weil natürlich das irgendwie unlogisch wäre, wenn auch nach der Season dann im Prinzip wieder die ganz normale Map zurückkommen würde. Ähm, ich denke mal aber, dass die da ordentlich was machen werden in der nächsten Season. Und das Ganze dann wahrscheinlich mit einem Abschluss-Live-Event wieder in die normale Fortnite-Storyline reingehen wird. Und, ähm, ich denke mal, auf jeden Fall, wir werden viele verschiedene Kooperationen dort, viele verschiedene Skins, viele verschiedene Limited-Time-Modes erhalten. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gehypt. In den nächsten Tagen werden wahrscheinlich weiterhin Teaser rauskommen mit vielleicht Gameplay-Elementen und ähnlichen und vielleicht weiteren Skins. Ich meine, ich glaube, es ist sogar der früheste Zeitpunkt, wo jemals Teaser kamen. Denn wir haben heute erst Freitag und, ähm, der Teaser kam auch um 16. Uhr raus. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch die haupte Teaser-Zeit sein. Ich denke mal, wir werden am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch überall noch fünf weitere Teaser halten. Und bisher war, glaube ich, der früheste Zeitpunkt, wo die ersten Teaser kamen am Sonntag. Das heißt, diesmal haben wir wirklich sehr, sehr viele Teaser. Allerdings sind das nicht die einzigen News, denn wir haben noch viele, viele weitere Sachen. Unter anderem gibt es nämlich wieder einen kostenlosen Skin, der mit der Hashtag-Free-Fortnite-Kampagne zu tun hat. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht, kann ich euch auch mal in der Info gerade verlinken, wenn ich es nicht vergessen sollte. Das Ganze würde am 23. August stattfinden, hatte ich euch ja auch eben gerade, oder hattet ihr ja wahrscheinlich gerade auch schon in Fortnite drin sehen können, als ich in den Competitive Cup hier gegangen bin. Und zwar findet der am Sonntag den 23. August statt. Das Ganze dann eben halt von 15 bis 19 Uhr, über vier Stunden. Dort werden wir eben halt, ähm, ja, im Prinzip ganz normale zwölf Runden spielen können. Eine Sieg bringt tatsächlich zehn Punkte und jeder Kill bringt einen Punkt. Und warum das Ganze hier so komisch aufgelistet ist, hat ganz einfach den Grund, dass wir für alle drei Minuten über Leben einen weiteren Punkt erhalten werden. Das heißt, egal ob man irgendwie in den Top 10 kommt, in die Top 50 kommt oder so, ist alles egal. Hauptsache ihr müsst diese drei Minuten überleben. Und jeweils immer für jede drei Minuten wird man eben halt einen weiteren Punkt bekommen. Und das Ganze ist natürlich jetzt noch nicht so special, denn man sollte natürlich auch irgendwas dafür bekommen, wenn man daran teilnimmt. Und das wird eben halt auch der letzte Cup vor allen Dingen für alle Mobile und vor allen Dingen für alle Apple-Spieler sein. Denn nach diesem Cup wird ja, ähm, wird es ja leider nicht möglich sein für alle iOS-User, dass man eben halt auf die Season 4 wechselt. Deshalb werden eben halt alle, ähm, Spieler, die iOS-Geräte nutzen, in Kapitel 2, Season 3 zurückgelassen. Und, ähm, der Rest der Community kann eben halt am 27. August zu Kapitel 2, Season 4 weiterschreiten. Und, ähm, damit ist im Prinzip, steht auch im Prinzip fest, dass diese Season auch als richtige Season gewertet wird. Und im Prinzip nicht nur als Fortnite-Marvel-Season betitelt wird, sondern eben halt als wirkliche Season 4 betitelt wird. Allerdings ist es eben halt hauptsächlich eine Marvel-Kooperation, gibt es gleich aber auch noch ein paar weitere News zu. Und, ähm, das Ganze wird, wie gesagt, am 23. August stattfinden. Da könnt ihr wirklich auf allen Plattformen teilnehmen. Wie gesagt, ist das das letzte Mal, dass da wirklich jeder die Chance dazu hat. Und auch die letzte Chance für alle iOS-Spieler, dass diese Preisgelder vorne den ganzen Cup zum Teil mitnehmen können. Und natürlich für alle Android-User, die den Epic Games Store runterladen von Epic Games.com. Die können das natürlich auch weiterhin in Season 4 weiterspielen. Und wenn ihr den Samsung Galaxy Store habt, dann könnt ihr das darüber natürlich auch runterladen. Wie gesagt, auf App Store, ähm, im App Store wird es das nicht mehr geben. Genauso natürlich auch auf iOS einfach generell. Turnier-Details hatte ich euch eben gerade schon erzählt. Und dann gibt es eben halt, wie gesagt, noch eine ordentliche Belohnung, die wir davon erhalten können. Unter anderem haben wir nämlich hier einmal diesen Skin. Der war ja schon in diesem kleinen, ja im Prinzip in dieser kleinen Werbung, die so, ähm, die Kampagne im Prinzip, ähm, ja, eröffnet hat. Da war der ja auch schon drin zu sehen. Hatte ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Und den werden wir eben halt als Skin kostenlos bekommen werden. Also, äh, können wir eben halt kostenlos bekommen, solange wir 10 Punkte erspielen. Wie gesagt, sollte sehr, sehr leicht sein. Dadurch, dass man eben halt 12 Runden hat. Durchschnittlich müsste man also nicht mal jede Runde 3 Minuten überleben. Ähm, kämpft einfach an irgendwelchen Büschen und dann passt es notfalls auch. Also, sollte wirklich nicht schwierig sein. Zusätzlich die besten, ähm, ja, die besten 1200 Spieler oder so, glaube ich, aus Europa oder irgendeine andere. Auf jeden Fall, ähm, die besten 20.000 Spieler auf jeden Fall weltweit werden hier diese Free Fortnite-Mütze erhalten. Die wird euch dann über Post zugeschickt. Müsst ihr natürlich, wenn ihr es gewinnen solltet, eure Daten und so angeben. Auf jeden Fall gibt es hier einen bestimmten Anteil, der natürlich an die europäischen Spieler geht. Und, ähm, nicht jede, äh, Region wird natürlich insgesamt 20.000 erhalten, sondern eben halt dann irgendwie Europa, keine Ahnung, 1000 bis 4000, irgendwas in der Region wahrscheinlich. Und zusätzlich dazu gibt es dann auch noch 1200 Sachpreise, die weltweit, ähm, ver, äh, ja, vergeben werden. Und da kann auch jeder daran teilnehmen. Das heißt, auch wenn ihr auf iOS spielt, dann könnt ihr auch diese Hardware gewinnen. Und, äh, das ist tatsächlich ein relativ smarter Move, da natürlich alle, die jetzt gerade auf iOS eben mal spielen, eben halt dann wahrscheinlich weiterhin auch Fortnite spielen wollen. Und dafür ist es natürlich ganz praktisch, wenn man dann beispielsweise so einen schönen Alienware Gaming Laptop gewinnt. Ein Samsung Galaxy Tab S7 ist auch ein, ich glaube, das ist ein wirklich extrem teures Tablet. Ich glaube, es kostet 1500 Euro oder so ein OnePlus 8, ähm, auf 90 FPS da spielen. Ist auch schön eine Playstation 4 Pro, Xbox One X. Leider gibt es ja noch nicht die Series X und noch nicht die Playstation 5, deshalb könnt ihr das natürlich auch nicht anbieten. Und dann gibt es noch eine Nintendo Switch, wie gesagt, insgesamt 1200 Sachpreise. Und da ist natürlich, wie gesagt, gerade für iOS-Spieler das Ganze sehr nice, wenn die da etwas gewinnen. Und, ähm, das, ähm, das, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich relativ simpel. Denn ihr müsst einfach die meisten Äpfel in dem Turnier sammeln. Dafür lohnt es sich natürlich beispielsweise zum Obstgarten zu gehen. Allerdings denken sich das wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere. Und falls ihr es schaffen solltet, tatsächlich die meisten Äpfel in diesen Cup zu holen, beziehungsweise unter den 1200, ähm, meisten Äpfel, also wenn ihr unter den 1200 Spielern seid, die die meisten Äpfel geholt haben, dann könnt ihr eben halt etwas von diesen Sachen gewinnen. Ich weiß nicht, ob die aufgeteilt sind, je nachdem, wie viele Äpfel man eben halt gesammelt hat. Dass beispielsweise der erste Platz den Alienware Gaming Laptop hat, ähm, die Top 50 irgendwie das hier bekommt, und so weiter das Ganze geht. Oder ob das Random verteilt ist, weiß ich, wie gesagt, nicht. Auf jeden Fall habt ihr da auch eine ganz gute Chance, weil 1200 Spieler schon eine ganz schöne Menge sind. Und ihr müsst dafür eben halt kein bisschen Skill haben. Wie gesagt, einfach Äpfel essen und dann habt ihr das Ganze schon. Ist natürlich auch ein ganz nice Gimmick, weil eben halt Äpfel auch, äh, Äpfel auf Deutsch eben halt Äpfel heißt. Und deshalb ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Move, mit dieser ganzen Kampagne nochmal etwas weiter zu gehen. Und dafür müsst ihr eigentlich wirklich nichts machen. Ihr müsst nicht mal in einer Anwärter-Liga sein, sondern ihr könnt wirklich in jeder einzelnen Möglichkeit Teil nehmen. Und ist, wie gesagt, eine sehr, sehr nice Sache. Zuerstlich dazu gibt es in Fortnite aber auch nochmal ein paar weitere Dinge. Und zwar betrifft das die neue Season, denn dort gibt es sicherlich natürlich auch wieder einige Dinge, die jetzt dort reinkommen werden, denn wir werden beispielsweise ja auch neben den ganzen Marvel-Items, was für Competitor verhalten und dort werden natürlich auch wieder ganz neue Mietersachen reinkommen. Und so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich dann eben halt mit den Fischen zu tun haben. Und dazu hatten wir ja auch bereits schon Leaks in vorherigen Teasern tatsächlich. Und da scheint es jetzt so aus bestimmten Quellen, dass das eventuell tatsächlich die, ja letztendlich ein großes Gameplay-Element der nächsten Season sein wird. Zurzeit haben wir ja diese ganz normalen Fishing-Holes und so. Nur eine Art von Angeln, die wir überall in den Städten sammeln können. Und ab der nächsten Season wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir eben halt Angelrouten und so bekommen können. Und wir neben den Angelrouten natürlich auch viele verschiedene Fische sammeln können. Denn beispielsweise soll es auch einen Midas-Fisch geben, womit man dann eben halt alle Items, die man gerade im Inventar hat, auf die Goldstufe upgraden kann. Und das Ganze wird, wie gesagt, mit der nächsten Season reinkommen. Dazu wurden auch schon ordentlich Fische geleakt. Und das sind hier, wie gesagt, die ganzen. Zurzeit haben wir ja nur diese Fische. Die werden wahrscheinlich auch alle etwas Unterschiedliches machen und zu unterschiedlichen Tageszeiten und so rauskommen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Angelrouten, die man dazu bekommen wird. Und verschiedenste Fischarten, die alle verschiedenste Effekte geben werden. Verschiedenste Sachen, ja, verschiedenste Angelstellen auch benötigen. Verschiedene Angeln auch benötigen. Beispielsweise wahrscheinlich mit einer besseren Angel, mit einer epischen Angel vielleicht. Wird man auch eher hochwertigere Fische bekommen. Beispielsweise diesen Midas-Fisch wird man wahrscheinlich auch leichter bekommen können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein großes Element, was gerade in die Competitive-Richtung geht, für die nächste Season sein. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gehypt da drauf. Ansonsten wissen wir natürlich noch nicht, was nächste Season so competitive-technisch reinkommt. Außer, dass natürlich die FNCS ein Trio sein wird. Aber ansonsten wissen wir, wie gesagt, noch nichts weiteres, wie die ganzen Cash Cops und so sein werden. Dazu werde ich euch natürlich mit dem nächsten Season-Start alles weitere berichten. Genauso natürlich, wie gesagt, wird es zu den nächsten ganzen Teasern auch weiterhin Videos geben. Und ich werde euch generell über alles weitere Informationen liefern. Allerdings kann es sein, dass ich manchmal vielleicht nicht ganz up-to-date bin, weil ich dann eben halt manchmal irgendwann schon ein Video gemacht habe und dann eben halt nicht noch ein Video machen kann. Beziehungsweise einfach zeitlich das nicht machen kann. Wenn ihr dazu allerdings natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier auf dem Kanal ein Abo da lassen. Und wie gesagt, bin ich jetzt auch live auf Twitch. Also checkt euch gerne meinen Twitch-Kanal aus. Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Und damit war es das dann auch schon mit diesem Video. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher im Stream. Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute! Ciao, Leute!